Denn wir bieten nicht besonders Harten, sondern den besonders wahren Rap in seiner reinsten Form mit Konzentraten. Wir beschreiben das Leben in unseren Tracks, das ist unsere eigene Definition von Rap. Unser Weg ist gesetzt und geebnet und asphaltiert die Entscheidung. Hip-Hop ist auf jeden Fall grenzenlos, weil die rappen zwar in verschiedenen Sprachen, auf Arabisch, auf Afrikanisch oder was weiß ich, irgendwelche Sprachen, aber der Flow, der Flow burnt alle und wir fühlen das alle, egal ob wir dieselbe Sprache sprechen oder woher wir herkommen, Z both, ich glaube, ich wollte ein Wenschen und ich habe keine Beste, ich bin echt bei der Migration, ich bin echt Need von mir, warum ich meine Kinder erzählen, wie ich nicht mit ihm in einemечeren Sprache reinstehen, weil sie schon so gut herum in Deutschland durchmachricht. Mein Musik und viele other Hip-Hop-Artists aus dem ich, von woher ich komme, können die Menge anregende Verknütung, können die Gentechnik verändern, wie diese Leute denken. Hip-Hop ist sehr stark, Mann. Es ist eine Art von reflektieren, was passiert ist in der Gesellschaft. Wir können nicht sagen, dass ein Rap-Artist zu lösen, oder zu arbeiten, in einer Gesellschaft zu lösen, die nicht richtig reagiert, die nicht wollen, die Probleme zu lösen, die wir alle haben. Alle Musik, die du spielst, oder du singst, wird es gut sein, wenn man über Probleme spricht. Wenn es rock ist, wenn es oriental ist, wenn es brazilian ist, wenn es etwas, wenn es über Probleme spricht, wird es gut sein und es hilft, die Leute zu sehen, die politische stoppen, in der Lande. Rap ist sehr, sehr wichtig für mich, weil meine Gesellschaft hat viele Probleme. Problem für die Bildung, die Sicherheit, die schlechte Informationen, über die politische efforts. Ich denke, über die Probleme soziale. Das ist die Ben Afflo Records. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.